So das ist jetzt einer von dem Lot und ich habe jetzt die Oberfläche bearbeitet mit dem Dremel, so dass die meisten feinen Kerben draußen sind und jetzt bevor ich weitermache, der ist ja noch relativ dick und werde ich dann jetzt mit 3,5 mm Bohrung versehen und nach der Bohrung werde ich dann praktisch die Rückwand, die Seiten alles schön schleifen und jetzt mache ich aber erst mal die Bohrung, das Wasser ist ja schon an. So, jetzt habe ich die Bohrung gemacht und der Stein solle dann so flach wie möglich werden, dass er nicht so schwer ist beim Tragen und da sieht man also ich bin nahe der Oberfläche hingegangen bei der Bohrung, so dass ich dann schön abtragen kann. Also ich werde nach hinten konisch zuschleifen und wenn ich ihn dann konisch zugeschliffen habe und ja, dann mache ich dann komplett fertig und mache dann nochmal ein Video oder ich mache dann zwischendurch nochmal eins. Ja, also dann sage ich dabei recht herzlichen Dank fürs zugucken bei Palldirekt und würde mich dann gleich in wenigen Augenblick wieder melden. Bis dann!